Lisa Jakub, die rührende der MRS-Dubtfiere-Tochter Die kultige Dramakomödie MRS-Dubtfiere, das stachelige Kindermädchen machte die kanadische Schauspielerin Lisa Jakub. 44, im Alter von 15 Jahren berühmt. Damals spielte sie die Tochter von Robin Williams. 63, alias Daniel Hillard, der als Kindermädchen MRS-Dubtfiere die neue Beziehung seiner Ex-Frau sabotieren und aufgrund eines erbitterten Sorgerechtsstreits mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen will. Ganze 30 Jahre ist das nun schon her. Jakub hat sich 2001 von der Schauspielerei verabschiedet. Schlug einen komplett anderen Lebensweg ein. Der Selbstmord von Robin Williams hatte einen besonderen Anteil daran. Darüber und über die besonderen Dreharbeiten hat Lisa am 10. Februar 2023 in einem seltenen TV-Interview mit dem australischen Frühstücksmagazin Today Extra gesprochen. Lisa Jakub, die als Yoga-Lehrerin arbeitet und mit ihrem Ehemann in Virginia lebt. Veröffentlichte zwei Bücher. 2015 die Autobiografie You Look Like That Girl. Punkt. Und 2017 den Ratgeber über Angstzustände No Just Me. Ich habe mein ganzes Leben lang mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen. Erklärt die Autorin im Gespräch mit den Today Extra Moderator, innen David Campbell und Belinda Russell. Erkennen Sie bei sich Anzeichen einer Depression? Beim überregionalen Krisentelefon unter 0800-111011 wird schnell und anonym geholfen. Weiterführende Informationen gibt es außerdem bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Heute setzt sie sich für andere Betroffene ein, arbeitet als Speakerin, teilt auf Instagram mit über 27.000 Follower, innen ihre Erfahrungen und bietet Hilfestellungen an. Die Initialzündung gab ihr Film-Vater Williams. Robin hat mir sehr offen erzählt, womit er zu kämpfen hatte, und das ist ein wichtiger Grund. Warum ich heute tue, was ich tue, so Lisa. Sie würde nur deshalb im Bereich des psychischen Wohlbefindens arbeiten und anderen Menschen, die mit Traumata, Depressionen, Angst und Panik zu kämpfen haben, helfen, weil Robin so offen zu mir war und einer der ersten Menschen war, der mir gezeigt hat, dass ich das nicht allein tun muss. Williams nahm sich im August 2014 das Leben. Hatte zuvor nach Angaben seiner Sprecherin an schweren Depressionen gelitten. Sie haben suizidelle Gedanken? Die Telefonseelsorge bietet Hilfe an. Sie ist anonym. Kostenlos und rund um die Uhr unter 0800, 1110111 und 0800, 1110222 erreichbar. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Der Hollywood-Star hatte sich besonders durch Filmhits wie Der Club der Totendichter, Huck, Jumanji und eben auch MRS, dupt vier in die Herzen von Groß- und Kleingeschauspielert. Ihm sei es laut Lisa Jakob auch zu verdanken, dass der Kinoklassiker noch heute so beliebt sei. Es ist verrückt, dass die Leute den Film immer noch sehen und sich damit identifizieren können. Und alles, was sich dafür verantwortlich machen kann, ist Robin. Er war urkomisch und zeitlos. Und ich denke, das ist auch sein Verdienst, meint die einstige Schauspielerin. Mit ihren Filmgeschwistern Matthew Lorenz, 42, Chris Hillard, und Mara Wilson. 35, Nathalina T. Hillard, habe sich Jakob von Anfang an tief verbunden gefühlt. Für die besondere Stimmung am Set mache sie ihre Film-Eltern, Robin Williams und Sally Field. 76, alias Miranda Hillard, verantwortlich, die so fantastisch zu den damaligen Kindern gewesen seien. Verwendete Quellen. 9nau.com.au, Instagram.com 7nau.com- fries ist zurresso Wolfgang Readyrove dementiert ist eine Pause. 9nau.com- fünnen mà im Training resideiert. Vielen Dank.